Die Arschwäscher Ich weiß wieviel ich verdient habe mit meinen Let's Plays? 30 Cent. Seit anderthalb Jahren mach ich das. Du? Ja. Da steht 30 Cent. Wodurch 30 Cent? 30 Cent. Woher kommt diese Summe zustande? Durch die YouTube Money. Durch die YouTube Money. Sichtweise, nicht? Da schaltet die Werbung, aber die meisten blocken es ja. Ich zeig ja auch wie man sie blockt. Das hat ja keinen Sinn. Es rentiert sich ab 80.000 im Monat. Da kommt YouTube auf dich zu hoch oder so. Schau uns doch mal schicken. YouTube ist ja so ein Teil der Müll. Oh, bin gespawnt. Das ist auch gemacht, man. Die holen nur ihre Stars. Die Lochis und Kar haben die ganzen Spacken reißen. Kar alle in die Tonne kloppen. Machen echt mal eine irre Generation. Ich bin drauf. Darf ich schießen? Ich hab noch Ende, Ende. Ey, du wartest. Äh, Viktor. Du? Sagst mir ja nicht viel. Oh, Viktor hat schon zwei rumgebracht. Viktor ist im Rage-Modus. So, ich muss noch mal einen Sound aufstellen. Der Viktor hat gar keine FPS. Jetzt hab ich hier den... Okay. Naja, lass mich runterkommen. Oder geht da was? Ich weiß aber nicht. Schau dir mal. Also ist hier ne Bambi-Leiche. Äh, Richtung Krankenhaus wenn man rausgeht. Und Richtung Strand läuft so auf der Straße ist ne Bambi-Leiche. Das heißt... Wir können heute nicht raus. So, ich bin der Typ mit nem gelben Helm. Ich muss mich gar nicht verstecken. Man sieht mich von Weitem. Warte, ich komm drauf. Boah, da ist ein Love-Clan drauf. Mhm. Das sind meine Jungs. Ihr Malz. Die müssen die Finken. Also wir nehmen erstmal alle anderen. Und dann den Rest von deinen Jungs. Ja gut. Dann so. Viktor, wo bist du? Ich hab schon vier Leute hier plattgemacht. Wer macht denn hier die Musik? Keine Ahnung. Bambi denk ich mal. Die riechen schon ihrem Raten. Mir wurde gerade geschrieben wie der Plan ist. Siehst du, was für'n Plan? Seid ihr nicht auf dem Server? Dann meinte ich, ich bin auf meinem Server. Aber warum aber die anderen? Wer ist so schlau und hat Porno nicht als Nick geladen? Weggemacht. Na, du und Dings. Fittidio. Ja, also ihr Noobs. Ach man, ey. Seid ihr du, oder was? Voll verraten. Du musst freuen, das sind andere. Die kenn ich gar nicht. Und wenn wegkommen... Na, warum haben die Angst? Ich hör jemanden schießen, also lagen wir jetzt hier nicht da an. Jemand spricht. Schritte. Viktor, du bist nur hier unten in der Dreherei, ne? Ja. Ich bin in der Dreherei. Ich steh auch unten am Fenster. Ich steh auch, ja. Ja, ich versteck mich in einem kleinen Gang hier. Jo, ich bin drauf. Gar nicht so schlecht. Aber da waren Stimmen. Ja, hier hört, macht einer Musik. Im Laden. Ich hörste, mach mich doch auf offline. Oh, jetzt. So. Ähm. Wenn der die Musik da laufen lässt, darf ich das nicht hochladen, ne? Doch. Ja, klar. Mann. Jemand kommt zum Krankenhaus? Noch jemand? Equipped? Ne, Bambi. Aber hier ist auch auf der Hauptstraße ein Zombie unterwegs. Irgendwohin. Oh, jetzt wird's hier unberuhigt. Ist ein Hotelzimmer auch drauf? Ja. Hier rät jemand! Sch... Wir bekommen Besuch. Ich seh jemanden. Ja, da ist... Weg da, wer bekommen Besuch. ...dur ist blind relaxed gelaufen. Ich glaub, da sind die hier vorne. Chit. Ist da unten. Zamt. Ich wette, es kommt wieder einer hin, die wäre erreich. ist durchgelaufen ja ist tot ist durchgelaufen ja ist tot kannst mir salin geben bitte einer von euch ja ich komm Victor Defmar bitte soll ich den Namen mal schicken noch kurz ich bin nämlich komplett schwarz-weiß ich habe einen ich habe keinen salin weg hier warte gebe ich dir ja ist gut ich sehe jemanden laufen aber ich kann nicht schießen wir bekommen besuch ja warte danke warte ich gehe auf meine alte posi die schweine haben mir die jacke zu schossen ja gut sie haben mich gerade erschreckt aber hauptsache auch gleich ein gelben Helm aufgrund der Zombie Victor deine Frau besucht dich Victor deine Frau besucht dich die einzige ich habe das auch aufgenommen wie ich den gekillt habe da kamen bestimmt noch andere da waren noch andere also ich stecke jetzt in den Eingang das muss hier kurz völlig nachnamen der hat mir meinen Helm der hat alles verschossen der Sauhund der hat halt auch einen gelben Helm auf ne ist schon merkwürdig also jetzt wisst ihr eigentlich Ellie wollte eigentlich uns die Position von den anderen verraten aber die anderen wissen jetzt wo wir sind wir sollten die Position ändern scheiß drauf lassen ja mach ich mir das ist mir egal so lange die mich hier nicht sehen ist alles gut hast du dich umbenannt irgendwie nicht mehr ein Foxy ich heiß jetzt anders nicht Phenotoxy oder Reinhard von hinten aber der hatte nur eine Pistole in der Hand ja der hat keinen Rucksack der war nicht da eckript ja aber ist das oh Server down rumlaufen 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 ich habe gerade auf ihn geschossen ich habe wieder hinter die Mauer versteckt doch er sitzt in der ja ich bin aus an der Mauer aus schlösten Scheiße Dreckszombie er lebt noch da sind oh auf mich einen habe ich getroffen der ganz oben ist wir sind durch ein Zombie verraten worden wir sind durch ein Zombie verraten worden ach in dem Haus sollte ok ey warte mal ich schieße jetzt kaputt ich kann doch was anderes ich kann doch was neues ich kann doch was neues ich bin es ich stürme von hinten unten ja er läuft er ist auch bei seinem Kumpel ja er ist auch bei seinem Kumpel ja er ist auch bei seinem Kumpel da bin ich drin Leute ich sehe Schüsse einen Schock Hälter schießen einfach in die Fenster schießen ich sehe ihn du kannst auch auf die Wände schießen Dick hab ihn aber ich bin auch tot das ist irgendwie oh man dieses dämliche dass er noch obwohl er umfällt noch weiter schießen kann der war nicht alleine also roter Mountain Blackpack ist tot aber er hat mich damit umgelegt irgendwie ne ich glaub nur noch ich glaub police ist nicht an police da ist doch was gelaufen unter uns wir bekommen Besuch ihr seid nicht in dem hohen Haus nein gegenüber vor der police nein da ist jemand drin die polizei zu bekle ich muss nachladen oh hier ist jemand krone Leute bekle ich es kommt jemand ja ich werde ihn laufen dann aber das Ganze die polizei zu ja du bist im krankenhaus gestorben zweite etage lag da schon einer tot aber einer war angeschossen da war die jacke kaputt gasmaske und roter mountain backpack der ist umgefallen aber nämlich auch umgefallen dritte tauschen könnte noch einer sondern die stürmen gehen kann man jemand wo bist du denn nutella wo bist du hinter der feuer bei der kirche da ist ein sniper oben am berg dann ist nutella eher bei dir bitte komm hier das mal gucken was wir hinbekommen welches rote haus gegenüber von der polize an der straße von unten ist jemand aber sag mir bitte wenn du reinkommst ich hab die tue zugemacht da ist irgendwas rotes komm direkt da da hin komm erstmal hier komm erstmal hier so ich bin kirche hier die polizei hier die polizei auf welcher seite gehen wir sie soll sagen ob sie jemanden sieht ich weiß nicht ob wir die leiter hoch schaffen er redet hier mit mir wo ist das immer noch in dem roten haus unten drinnen ich schieße auf das haus ich schieße jetzt auf das haus nein ich stehe auf das haus Du schießt ich mache mir die tue ab ja ok komm rein ich schieße das nicht komm rein komm rein da ist ein sniper komm rein mach die tue zu komm vector wir gehen uns jetzt die dings holen hier wow ich bin getroffen fuck warte ich versuche mich der kommt gleich Wer schießt? Das war ich nicht Da oben Ich hab vielleicht noch ein bisschen mehr Ja, du bist so richtig, wie sie ist Vector, lass mal da rein Ich hab nicht viel Moni Nein, ich kann mal das machen, geht doch vor Vorsicht, Vector Komm, nicht zu lange hier draußen stehen bleiben Hier holen die uns gleich weg Der oberen ist im oberen Reichen Ist das so? Nein, ist er nicht Es sind ein oder zwei Seid ihr beide tot? Nein, ich bin noch hier Ich... Ist direkt über mir Möchtest du Lech vor, oder willst du vor? Ich bin unten drin Ich bin unten drin Du solltest zielen, wenn ich laufe Und ich ziele permanent Ich werde schon so sicherer Genau Ich schieße, der Zombie war hinter uns Die locken mich Ja, er lädt nach Ja, 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 ich bin nicht gut Ich bin hoch Ja, wir haben hier noch einen Sniper sitzen Die sind hier zu dritt Wir kommen jetzt, wir holen eben den einen Typen hier raus Ja, da liegt Ja, da liegt Ich bin... Komm, komm, komm Siehst du den? Ne, Mann Bin nicht geschießend auf die Ecke Da liegt eine Kasse Ach, guck mal, da haben wir doch einen getroffen Da liegt noch eins weiter Ihr habt einen getroffen Ich lieg unten drin Und dann muss ich los, ne? Oh, oh, oh Wir müssen, glaub ich, Ellie helfen dann Ja Irgendjemand hat grad auf mich geschossen Tuck mal Escape Vielleicht kannst du den sehen Der dich looted Ne Ne, ich lieg mit dem Kopf zur Treppe Was denn? Ist das nicht mehr Oh, sorry, we started gleich Ach du Kacke Ja, nice Soll ich die MP5 mitnehmen? Oben sind zwei Leute drin Holt euch die erstmal weg Okay, lass mal rüber noch Ich nehm halt so viel mit, wie ich kann Komm, lass mal rüber Noch die Typen da rausholen Zu Ellie Zwei Typen sind da drin Leute, zwei Merkt euch das Einer sitzt links, einer sitzt rechts Von der Treppe Zahl Also Haus haben wir hier komplett zerstört alles Also Haus haben wir hier komplett zerstört alles So ist das Und das laufen wir mal rüber Mal rüber ich habe mega leck ich kann mich kaum bewegen gerade also dann meint die das hier gegenüber hier das hier neben den garagen müssen wir hier lang das ist nicht neben den garagen, das ist direkt an der hauptstraße, gegenüber von der polis gegenüber von der polis ist die schule ist das ein weinrotes haus mit zwei weißen doppeltschirn ja dann ist das das neben den garagen, das sind auch drei garagen also hier oben sitzen die drinnen ja einer ist gerade an meiner leiche, jetzt stürm doch einfach rein Victor geh mal weg da wir stürm da jetzt rein Victor du? ja schlopf, teuer schlopf, wir haben alle ja geh weg ich mach die Tür zu ja wir haben alles hier getötet oder was? ja da kommen hinten welche ich kann mich nicht bewegen, meiner bewegt sich automatisch, der hat automatisch hier meiner ich kann nicht ziehen, der läuft einfach meiner Hacker oder was? meine figur läuft einfach ja was macht der? der bewegt sich permanent, ich kann nichts machen der hat den Kopf auch so komisch, so ganz krass der hat den Kopf auch so komisch, so ganz krass ja, ich muss mich achten Victor, ich muss relocken ich muss relocken guck mal, meiner bewegt sich ganz komisch die sind alle tot hier oben, guck mal bist du sicher? ja ich bin alle Zimmer abgegangen deck mich jetzt mal ich muss relocken du bist runtergeglückt wie viele hast du abgeschossen? ich hab ja voll durch oder was machst du? du stehst auf der ich mach relock auf der Treppe relock naja du stehst ich schmeiß mal die Sachen von den Leuten raus hab du Ellie wiederbelebt? die sagen kannst du es doch oder nicht? fühlst du Ellie hier mit den grünen Rücken? ich bin schon nicht ich mach mich wieder mit dem nimmt irgendwie meine Sachen oder was ich hab auch keinen Bock mehr auf der Seh gerade no connect und welchen Raum bist du? ganz hinten? ich liege unten immer noch da liegen so viele Leichen ich liege unten direkt neben der Treppe aha ok ganz geschützt jetzt hab ich ne Desync aber wieso? nein ich bin jetzt an der Leiche ich glaub ich hab auch einen Weg wo ich da durchgeschossen hab du verlierst die Verbindung hm doch jetzt kriegst du da alles ab ey wer will mich doch verarschen sonst bin ich auf einmal wieder oben aber das funktioniert alles mit Wände durchschießen da kannst du gut mit wegholen da scheint es aber tot zu sein ja ich zieh dich mal aus das steht dir ich zieh dich mal aus das steht dir ne es scheint nicht zu gehen ich join jetzt da wieder ne ich join jetzt da wieder ne das ist ja aber praktisch abgab ich jo dann wieder wieder in Wiversbahn ja bist du auch Totenhoteller? ja warum läuft meiner permanent? hat meine Tastatur jetzt einen weg oder was? guck mal der läuft ach jetzt hört der auf ok ich hab die Woche irgendwie weggeschmissen jetzt das wollte ich nicht wer ist das? oh ich steh im Haus also wenn du da noch niemanden siehst hier ist noch ganz viel hier ist noch ganz viel Dings Munition ne hier ist noch viel irgendwo ein 4 ich töte mich grad die ganze Zeit ich töte mich grad die ganze Zeit alter Schwede hey haben die viele Reis gedoublet oder oh oh Schüsse ne komm her komm Dicci hm Victor, krabbelst du da irgendwo? Nein, ich lute jetzt den Töckchen rein. Hier krabbelt einer, hörst du das? Das ist ein Zombie. Der steht da und lacht auf uns. Ich will von dem einen den Rucksack her haben. Pass lieber die Tür auf, dann schießt jemand. Ich hab nur... Ey, Feuerwehrhelm hast du immer noch an? Na klar, den gelben. Na gut. Scheint mir schon irre. Nee, wieviel Wasserflaschen kann man da mitnehmen? Was ist jetzt wichtiger? Ich weiß, ich lass mir Zeit jetzt verbauen. Das sollen wir machen, ne? Aufstehen ist jetzt scheiße. Wo können die mich hier weg holen? Noch gar nichts, nicht so richtig. Was ziehst du da nach unten auf? Ja ja, ich sehe das. Nein, wo ist der Rucksack jetzt denn? Scheiße, ah hier. Komm, wir müssen los. Ich bin Elektro und komme noch, wartet. Ach so, das stimmt. Wie bist du denn gestorgen, Tilla? Äh, draufgängerisch. Die stiegen draufgerannt. Ja, ich glaube, ihr habt die meisten erwischt. Ich hab einen nur bekommen. Aber glaub mir, das macht viel, wenn du jetzt durch die Wände ballerst. Ich hab definitiv auch da oben einen erwischt. Ja, ja, lauf rein, Frau. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Hast du die Tür gehört? Das war ich. Ich bin am roten Haus. Schuss auf mich. Ich komm rein. Okay, komm. Mach bitte aber direkt die Tür zu wieder. Hier liegt noch ein AKM, du blutest Nutella. Hier liegt auch noch eine AKM. Kannst du ungefähr sagen, woher der Schuss kam? Nein. Ich komm vom Berg. Kann ja nicht. Komm Elektrosporn, du Blasterwatt. Du willst meine AKM. Ich steh nicht hier. Hier wird auch geschafft. Was ist denn das für ein Bambi hier? Ach, das ist die Dings. Ne, Ellie ist nicht mehr da. Töte. Töte den Bambi. Nein, nein, die steht da. Einfach nur, die Ellie. Das war die aber. Mit dem gelben Held. Da lebt sie noch. Ne, ich hab lieber noch mal was zu tun. Ja, Alter. Bärenzina und Ciano die ganze Zeit. Bärenzina und Ciano die ganze Zeit. Sex game. Was ist denn ein Bambi? Du bist das Geruch. Wir sind immer wieder. Hier haben wir, wir brauchen. Das ist ja noch mal. Ich hab einen Bambi. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020